Eventuell, so, ich weiß jetzt nicht, ob es klappt. Mal gucken. Wenn es klappt, wäre es okay. Endlich müssen wir es weglassen und was uns anders überlegen, aber das kriegen wir auch hin. Äh, genau, wenn du jetzt bräuchst, den Repeater stimmt. Jetzt kommt der Repeater zum Einsatz. Äh, äh. Weil der hat jetzt keine... Stimmt, der hat jetzt keine Glock. Ähm. Stimmt. Äh. Äh, wir bauen uns auf eine Glock auf. Wir bauen uns noch eine Glock. Ich weiß sogar nicht, warum ich immer so weit fliege. Ich habe hier vorne ja auch noch ein ME-System, was auch noch komplett offen ist. Ähm. Ne. Äh, Glock. Äh, Timer. Wir bauen uns dann halt einen Timer auf. Können wir denn... Ah, wir sind ja alles da. Haben wir. Zauber. Den wir aber andersrum stellen müssen, denn... Äh, mein Problem... Ne, haben wir nicht. Äh, mein Problem... Äh. Äh. Doch, Redstone. Können wir nochmal das alles abbauen hier. Äh. Bedenke, in welchem... Block... Da drunter. Darunter ist der Redstone-Lock, der angepohrt werden muss. Ähm. Wäre ja dann so. Wäre dann... Ja. Nicht甭, lady. Wäre dann so. Ja. Da-Dó' names. dann brauchte denn so extrem lange ein ganzes wird schon aus macht aber nix so strom ist aus datei dit 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 das sehe ich gerade schon ich weiß es gar nicht jetzt muss ich irgendwie da runter kommen ne komm ich denn jetzt am leck das hier gerade ein bisschen hab ich irgendwo einen baubeutel oder in irgendeinem beutel jetzt damit wollte mein ganzes wird schon gelassen annehmen den baubeutel wieder guck mal her nervt jetzt ist es etwas an das heißt er wird auch stoppen das ist ganz gut wenn er leer gelaufen ist wir splitten ja die eier dann auf musik um entweder im raum und das chaos hier vorne muss ich auch noch entfernen den er will noch kabel sonst wird den die mit den können wir an die decke jeweils dann kann man noch so viel quatsch mit machen mit den ganzen lampen leuchtung man macht dann ans blau ans grün und lässt es dann laufen da durch das ist jetzt glaube ich ein bisschen schwieriger hier aber das ist kein problem finde ich da gibt es schlimmere sachen so und jetzt wenn du hier schon bei einem item halt sofort auf zack optimal optimal gelöst würde ich sagen lass das zeug nochmal vorsicht aber hier drinnen weil sie noch irgendwas mit machen möchte so jetzt geht es an die pipes ich glaube jetzt zum pipes das ding das natürlich jetzt kommt auch das dazu wie töd ich die denn das ist die frage das kiel auch hin kein problem kriegt man immer getötet ich weiß es wie ich habe gleich eine super geile idee darf ich nur nicht in der nähe stehen bleiben ja das probieren wir gleich mal aus das wird richtig lustig sorry jetzt schon wird echt spannend ähm ich muss doch im Baubeutel muss ich Pipes haben ja hier Pipes Gold Pipes und Iron Pipes ähm so jetzt kommt erstmal die erste Auflage und jetzt erstmal das Ei das Ei kommt in in schwarz rechts und blau haben wir ähm wir regeln da vorne nicht ab weil ich es auch nicht abriegeln kann was ich machen kann ist das ähm hier wird es eh schnell genug verarbeitet hier muss ich Strom hinhaben und wir können es Single item stack adapts können wir auf jeden Fall machen Strom brauchen wir noch hier ähm stopp was ich mir jetzt gerne machen möchte ist einmal ne okay das ist eigentlich egal oder da da macht der noch Mayonnaise wirklich einmal Mayonnaise machen weil ich müsste es ja hier reinpumpen ich muss sie da oben ja töten in dem Feld ähm bauen wir noch davon was den brauchen wir die Pfanne ähm ne ich brauche eigentlich nur nen Block Den muss ich es noch mal ändern Weil Ordnung Muss sein Der ploppt dagegen Das heißt Eigentlich würde es reichen Da An der Stelle was hinzubauen Und Einen Iron Pipe dahin zu stellen Noch nicht mal Wir können es mit Item Pipes regeln Denn die merken das wenn es voll ist Extract Insert Jetzt ist mir die Frage Was kommt wirklich in Übermassen raus Eier oder Fleisch Da bleibt sowieso noch die Frage So Müssen ja eh das meiste hier wieder zumachen Das lasse ich vielleicht noch Falls ich dran muss Ich glaube schon Hier muss ich da Offen machen Und Da Eventuell sogar da unten Ich weiß es noch nicht Ich muss mal gucken Wie ich das so Offen machen muss Und zulassen muss Ihr werdet euch Ich hatte das im Vorigen Projekt auch so Hatte ich es aber mit Kühen gemacht Die so zu schlachten War echt War echt lustig Müssen wir ja nur Was noch herstellen Dafür Später haben wir Auch schon gleich wieder Eine Stunde Krücken Rot Anwandern So was wir jetzt Ässer machen Ah ne Wir müssen das auch noch Einprogrammieren Welcher Stelle Das glaube ich Das war egal Oh das war da Das war oben Ja das war oben Oh das war Witzig Ich immer Gut Nein Kannst ja nehmen Aber wenn du da Reingehst Du hast nur die eine Wahl Hühnchen Geh da ins Loch rein Nee Hühnchen Geh da ins Loch rein Ist es für dich Das Beste Äh Hier mach ich erst mal So zu Nee Hühnchen Ich würd Okay dann Schieb's jetzt Na was ist das Hühnchen So Einmal noch Einmal rein Schön rein Da Gehst du da Tschüss Hab keine mehr Oh Tod So da könnt Die auf jeden Fall Schon mal Eier Legen Du bleibst da noch Drinnen Genau das ist ganz gut Jetzt Ähm Jetzt muss ich Einmal ein Brot packen Ich brauch Energie Pipes Ähm Noch ein bisschen Was Wir brauchen erstmal Energy Energy Pipes Hab ich keine mehr War fast schon klar Keine mehr davon ab Ähm Item Item Oh Ah Item Hab ich sie mal eben Kurz auffüllen Ein Ein Schiefhund Was ein Wunder Ähm Weed Da gucken Vielleicht müssen wir noch Weed 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 Stage Machen Ist aber Nicht so ein Problem Ne chest Ich brauch das wieder Ein paar chest mehr Ein crafter Können wir auch immer gebrauchen Wir können aber ein automatik Automatik Das Crafter neben mir Strom haben wir Wir haben das Ähm Brauch ich noch was Mach doch nochmal Sonder Die chest Weil ich die andere ja oben noch Mit den items voll ab Brauch ich so und sowas Ich glaube nicht Den rest habe ich Ja noch Ich musste das einnehmen noch Arbeiten Achso jetzt brauche ich noch Ähm Jetzt wird es los Ich Wir brauchen eine MF MF S U Oder eine MFE Das ist egal Das andere ist teurer Da fehlen die Die Kristalle dafür Der Strom muss ausreichen Ich frage mich Kann ich den Strom Über das andere umwandeln Moment Denn jetzt kommen die Unisolierten Kabel Denn das hat man damals auch Gemacht Ähm Einfach Kabel genommen Und unisoliert einfach Mit Starkstrom High Voltage Mit Iron Okay Ja nehmen wir gleich Ein Stack und machen gleich High Voltage Stränge War das hier Ja Da brauchen wir eh nicht viel von Der ist auch fleißig am Arbeiten hier Guter Mann Die Dinger könnten wir eigentlich auch Programmieren lassen Gleich so Dann die Dinger da hin Ähm Ähm Da muss ich aber nur nochmal unten Das wird mir gerade sein Die können eigentlich auch da rein Zack Das hat er Das hat er Der ist auch Der ist auch Wir sind auch